Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wow, sieh dir das an. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Wer bist du? Oh, Donnerwetter. Es ist nicht lustig, eingefroren zu sein. Auch nicht für einen Kaltblüter. Lang nicht gesehen, altes Krokodil. Schön, dass noch einer der Trapmasters zurück in den Skylands ist. Ja, wo seid ihr gewesen? Als Chaos den Wolkenknackerknast gesprengt hat, wurden die Trapmasters in eine andere Dimension gepostet. Zum Glück haben mich zwei Portalmeister gefunden und zurückgebummt. Das sind Leo und Madeline. Äh, könnt ihr auch sprechen? Ja, das ist viel zu verarbeiten. Kinder, wir sind die Skylander. Und das sind die Skylands. Unglaublich. Wir haben ein kleines Schurkenproblem. Halt mal, haben wir denn noch nicht alle Schurken geschnappt? Es ist schwer, sie ohne Traptheniumkristalle zu fangen. Der Knast bestand daraus, aber jetzt sind sie alle weg. Wartet, wenn wir in ihre Welt gepostet wurden, dann vielleicht ja auch die Kristalle. Leo, Madeline, wir brauchen eure Hilfe. Sucht nach bunten Kristallen. Damit können wir die Schurken fangen und sie dazu bringen, dass sie für uns kämpfen. Ich hab was gefunden. Ist der das? Yeah, du hast einen gefunden. Da kommt Wolfgang. Nicht gut. Sieh mal einer an, wen haben wir denn da? Die Trap-Loser. Wir sind die Trap-Masters, Kumpel. Und für dich geht's jetzt zurück in die Hundeschule. Das ist mein Gemüse. Yeah, yeah. Leo, die Falle. Steck sie ins Portal. Halt, was geht hier vor? Hey, lasst mich raus. Bummt mich wieder rein. Ich bin auch brav, versprochen. Ist okay, Leo. Er gehört jetzt zu uns. Yeah. Ich fühl mich wirklich gut. Das ist ein braver Hund. Rennen wir? Rennen wir. Wir hätten das nie ohne euch geschafft. Tja, wenn wir nur noch mehr Fallen hätten. So wie diese? Wen fängt man mit der? Wenn du die Bösen besiegst, kannst du sie jetzt in einer Kristallfalle fangen. Lass mich hier raus! Dann schickst du sie für dich in den Kopf. Fangböses, entfessel Gutes. Skylanders Trap-Team États-Trap-Team Die Bösen Schmerz Die Bösen Schmerz Die Bösen Schmerz